Welcome back, my friends, zu meinem 7. Part. So, ich weiß nicht, wo ich bin. Mein Stärkling ist genau. Ach, hier, oder? Ja, hier. Stimmt, ich bin davon drüber geflüchtet. So, fortan wir erstmal schnell. Wunden Fläche, jam, 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 jam. Lecker. Ich weiß nicht, warum denn es jetzt zu leckt. Oh, oh. und auch mehr aber ich brauche ein Fleisch nur deswegen mag ich es so komm her ja komm ja komm geht so einen Schritt schneller man ach schluch Entschuldigung das muss sein gut händchen ähm ich glaube hier geht es wieder ja jetzt erinnere ich mich wieder dran sorry dass ich gestern also am Sonntag kein Display machen konnte eigentlich hatte ich heute auch nicht wirklich Bock dazu weil Schule jetzt seit heute gestern war einfach nicht die Zeit also Sonntag hatte ich einfach keine Zeit und heute das ist so scheiße ich hatte schon nur Kopfschmerzen von der Schule und so das ist dumm naja gut ich mein was soll ich schon dagegen machen vielleicht wird das ein kleiner Spezialtag und dann let's play ich heute noch ja genau so wir sehen uns gleich wieder und zwar bei Happy Wheels da wären wir wieder willkommen zurück wie versprochen habe ich jetzt hier Happy Wheels da ja wir gehen erst mal auf Goalkeeper play ok äh lol nein ich muss mich erst mal wieder mit der Störung lol ok se los aber irgendwie auch spaßig ok play so klingt schon mal cool wie ne mehr ich mag eher Timmy immer noch mehr als die die sieht irgendwie komisch aus die sieht aus als jetzt gefühlt woher ja ja Timmy wenigstens du muss mal leben eh los Timmy los eh 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 auch au hm Schüsse für Timmy hat da nicht mehr Na gut aber Ambrecher ich glaube das hat und wie kein Sinn ja das Erwaltung wie Känze hm mit zehn Jahren ich bin sprachlos ich bin sprachlos Tesska Tsiya Pellner Alter ich will ich wollte das lesen Niespozianek Oras wie Lennos Lienbrowski ich bin scheiße ok wir tricksen den Stein aus und fahren in die Anrichtung hachlo ok ausdreckschen ist schon mal nichts in die Anrichtung dann holen wir halt von dem ab ja ich hab mal was gedacht nein nein ah ist ja fast so wie bei Indiana Jones oh der kommt nach ah 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 toll mein es geht halt grad fahren ok ah 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 ja 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 komm schon schaffst das du schaffst das du musst du mir retten seine Freunde und seinen Anstress kleines Kind das hau den bösen Mann um so geht dann scheiße ok so geht schon mal auf keinen Fall dann fangen wir halt mal so ah fahr dass der Typ schon lange zu tun hat mit einem Rasenmäher äh mit einem Typ ah nein kommst du schon mal ah nein vergess oh oh lol fällt dir jetzt runter das gut wo wo weckt da war es hier wo 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 ob ich den Steinmutzer sehen kann wie man mir hier die Klaus vork endwenden wird sie schon mal his versprechen besucht Torbjörn Frau Stimmen nach Zett Naja gut ich brauche ach deswegen auch ich weiß ich was ist einfach durch die Kamel so geht es natürlich auch was da war es man sieht es gar nicht mehr das war schon dicker aber jetzt rechst du mir jetzt rechst du mir jetzt rechst du mir ah Tami wir müssen Anlauf nehmen falls du drauf gehst ich übernehme keine Haftung oder falls ich drauf geh du übernimmst die Haftung okay Son ja Mom äh Mom ich bin auch blöd Au 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 ohne Fahrrad heim zu fahren ist gefährlich wie es Tami an dort macht Loll wüsst äh waa ich komme nicht weiter hier ist eine unsprache waaah 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 ha 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 oh der Fettsack musste sterben der Fettsack der Fettsack an den ich früher wirklich geklockt habe wirklich klaidać实 ich bin ja genau noch eine schöne lang eine vor uns Aua, das tut doch weh Ohne Axt, das tut doch weh Ey, das tut auch weh, Timi, ne? Jetzt weiß man was, echt die Schmerz Wow, ganz ruhig, mein Freund Ganz ruhig, Axt, ne? Wow, au Au, au, au Was ist das für eine Scheiße? Okay, wir nehmen den, den wir gerade umgebracht haben Und zwar unserem Freund Senta-Fee Haha, oh nein, es hat sich Senta, der andere Sender, der Unechte in uns verfangen Ich schwitze nichts aus Ha, nein, oh, scheiße Ich hab Geschenke für euch Kinder, einen zweiten Senta Meine Elfen sind auch nicht sehr nützlich Okay, meine Elfen nützen nichts Ja, sterbt mal, ihr müsst Elfen Falls ihr denkt, ich hätte mit euch Mitleid, träumt weiter Ihr habt ja gar nicht gebracht, da ist ja der Wagen ohne Elfen viel schneller Aha Au Ne, das wird auch nichts Dann rasen wir halt durch die Kante Ne, Opa Oh, ja, genau, jetzt, das hasse ich Jetzt versuche ich das so oft, bis ich das Problem gehe Warten wir halt mal Ha Einsteiger-Lex, ahhh Wow, Bombe Ha, die sieht mich nicht Ah Au Okay, aber ich hab auf die Sack von Die sieht mich nicht Wä Wä Okay Jetzt was pro Tag Das war's jetzt soweit mit diesem Let's Play und die Axt halt fahren Schau Leute Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Oh, ja Next Vielen Dank.